Etzer Online liest heute die Tüte von Wilhelm Busch. Wenn die Tante Adelheit als Logierbesuch erschien, fühlte Fritzchen große Freude, denn dann gab es was für ihn. Immer hat die liebe Gute tief im Reisekorb versteckt eine angenehme Tüte, deren Inhalt köstlich schmeckt. Täglich wird dem braven Knaben daraus ein hübsches Stück beschert, bis wir schließlich nichts mehr haben und die Tante widerfährt. Mit der Post vor sie von hinnen, Fritzchens Trauer ist nur schwach. Einer Tüte, wo nichts drin ist, weint man keine Träne nach.